Für das bekannte Designbüro Schum & Resch hat Haywood den Webauftritt designt. Die contentstarke Seite erhält neben ihrem modernen Erscheinungsbild eine zweispaltige Scroll-Funktionalität. Beim Scrollen über die als One-Page angelegte Seite werden Text- und Bildinhaltsmengen dynamisch miteinander synchronisiert. Es entsteht ein authentischer Markenauftritt, der die starke Visualität der Schum & Resch Designprojekte und dazugehörige Textinformationen zu einem dynamischen Erlebnis macht.